Und Ripps, der Ackerknecht, war für den besten Arbeiter im Dorfe bekannt. Aber sein Brotherr war ein Prasser und Schlemmer, der den Erwerb des treuen Knechts verschwendete und ihm seine Mühe und Arbeit wenig Dank wusste. Darum schied er von ihm und kam zu dessen Nachbar, der ihm seine Schafherde untergab. Er wartete dieser fleißig, trieb sie in Einöden und auf steile Berge, wo gesunde Kräuter wuchsen. Die Herde gedieh gleichfalls unter seiner Hand und mehrte sich. Kein Schaf stürzte vom Felsen herab das Genicke und keins zerriss der Wolf. Aber sein Brotherr war ein karger Filz, der seinen treuen Knecht nicht lohnte, wie er sollte, denn er stahl den Besten wieder aus der Herde und kürzte dafür den Hirtenlohn. Darum entlief er dem Geizhals und diente dem Richter als Herrenknecht, ward die Geißel der Diebe und frönte der Justiz mit strengem Eifer. Aber der Richter war ein ungerechter Mann, beugte das Recht, richtete nach Gunst und spottete der Gesetze. Weil Ripps noch nicht das Werkzeug der Ungerechtigkeit sein wollte, sagte er dem Richter den Dienst auf und ward in den Kerker geworfen, aus welchem er jedoch auf dem gewöhnlichen Wege der Geister durchs Schlüsselloch leicht einen Ausgang fand. Dieser erste Versuch, das Studium der Menschenkunde zu treiben, konnte ihn unmöglich zur Menschenliebe erwärmen. Er kehrte mit Verdruss auf seine Felsenzinne zurück, überschaute von da die lachenden Gefilde, welche der menschliche Gewerbefleiß verschönert hatte, und wunderte sich, dass die Mutter Natur ihre Spenden an solche Bastardbrut verlieh. Dem ungeachtet wagte er noch eine Ausflucht ins Land und schlich unsichtbar herab ins Tal. Erste Legende Einst lauschte Rübezahl in Busch und Hecken. Da stand vor ihm die Gestalt eines Mädchens, lieblich anzuschauen. Wie die medizäische Venus